Das Big Shift Love Experiment ist etwas ganz Besonderes, das wir uns für euch und für uns alle eigentlich ausgedacht haben, denn es geht darum, dass du die Möglichkeit hast, sieben Tage lang einfach mal viel mehr Liebe in dein Leben zu bringen und dabei genau bewusst und achtsam zu erleben, wie das dein Leben transformieren kann. Ganz egal, ob du jetzt noch Solo bist und eigentlich Partner oder Partnerin dir wünscht oder ob du eine Partnerschaft bist und sagst, Mensch, in meiner Beziehung könnte doch ein bisschen mehr Leidenschaft reinkommen oder mehr Nähe, mehr Intimität, mehr Liebe. Dafür kannst du es auf jeden Fall nutzen oder aber auch, wenn du zum Beispiel sagst, irgendwie geht es in meinem Job nicht so richtig weiter, ich mag meine Arbeit nicht mehr so richtig oder ich komme mit meinen Kollegen nicht zurecht oder mit meinen Kunden oder Vorgesetzten oder was auch immer. Überall da, wo man Liebe reinbringt, so ist unsere These, passiert etwas ganz gravierend Gutes. Liebe, das ist so unser Motto, ändert einfach alles, aber das ist die schöne Theorie, das muss man in der Praxis erleben und genau darum geht es in dem Big Shift Love Experiment, dass wir gemeinsam mit euch sieben Tage lang einfach mal ganz bewusst in einen bestimmten Bereich deines Lebens Liebe reinbringst. Und wenn dich das interessiert, melde dich an unter www.bigshift.love. Das ist kostenlos für alle. Wir haben schon über 1000 Teilnehmer, die sich jetzt schon angemeldet haben. Wir legen am 22.09. los und du bist ganz, ganz herzlich eingeladen, da einfach mitzumachen. Das findest du unter, wie gesagt, www.bigshift.love. Und der eine oder andere wird sich natürlich jetzt fragen, warum ausgerechnet Liebe? Warum dieses Thema? Warum ist das so wichtig? Und ich glaube, jeder von uns kann bestätigen, dass Liebe eine enorme Kraft ist, die uns einerseits in den siebten Himmel versetzen kann, aber genauso leicht auch in eine Hölle. Und heute möchte ich gerne mit euch hier in dieser Show erkunden, was eigentlich wirklich Liebe ist und ich möchte dir da eine etwas andere Sicht der Dinge anbieten, als du sie vielleicht normalerweise zu diesem Thema zu hören bekommst. Wir werden uns anschauen, was ist denn eigentlich der entscheidende Faktor, der dafür sorgt, ob wir mit der Liebe in den Himmel oder in der Hölle landen. Und last but not least möchte ich gerne mit euch was ganz Praktisches arbeiten. Ich möchte nämlich anhand einer ganz konkreten Situation, privat, beruflich, Beziehung oder auch was Innerliches, spielt überhaupt keine Rolle, einfach mal gucken, wie kann denn Liebe das für dich transformieren. Also bleib dran, wir werden hier heute auch wie immer praktisch arbeiten und einfach gucken, dass wir nicht nur Theorie durchkauen, sondern eben Praxis. Aber fangen wir mal an mit der Frage, was ist denn das eigentlich mit der Liebe? Und ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute die Vorstellung haben, dass Liebe irgendwie was mit so einer Art Kitschromanze zu tun hat. Siebter Himmel, Geigenschwellen im Hintergrund und alles ist ganz, ganz toll und wir wissen natürlich alle aus der eigenen leibhaftigen Erfahrung, wie schnell das dann eben auch abschmieren kann. Und deswegen ist das für viele Leute irgendwie sowas, dass sie mit sehr gemischten Gefühlen wahrnehmen, wenn sie an Liebe denken. Und das kann ich auch total verstehen, aber ich glaube, dass Liebe weit über das hinausgeht, was wir sozusagen aus den Liebesbeziehungen in unserer Partnerschaft kennen. Ich glaube nämlich, dass Liebe der starke Drang ist, überall in uns, aber auch in der Natur, nach Verbundenheit. Das ist für mich Liebe. Und ich möchte mit zwei einfachen Beispielen anfangen, die vielleicht der eine oder andere schon kennt, aber wir wollen uns das heute auch ein bisschen genauer anschauen. Und das einfachste und simpelste Beispiel, das es für mich gibt, wo Liebe in Aktion ist, ist jetzt genau das, was jetzt in diesem Augenblick passiert. Du hörst jetzt gerade in diesem Augenblick meine Worte und in deinem Inneren, in deinem Gehirn, um genau zu sein, kooperieren gerade in diesem Augenblick Millionen von Nervenzellen, die diese Schallwellen aufnehmen, zu Worten formen, diese Worte zu Sätzen verbinden und diese Sätze wiederum in einem größeren Sinnenzusammenhang stehen, sodass du nicht nur die Worte hörst, sondern auch verstehen kannst. Und das ist nur möglich, weil sich jetzt gerade in diesem Augenblick diese Millionen von Neuronen, also Nervenzellen in deinem Gehirn, lieben. Liebe ist der Drang nach Kooperation, der Drang, etwas gemeinsam zu machen. Und nur durch diesen Drang, dass sozusagen das Gehirn alles zusammenhält und das wirklich alles da miteinander kommuniziert, kooperiert, zusammenarbeitet. Nur dadurch ist es möglich, dass du mir jetzt überhaupt zuhören kannst und eben auch das verstehen kannst, was ich dir gerne rüberbringen möchte. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, wie kriegst du denn überhaupt gerade diese Worte zu hören? Gehe ich mal davon aus, dass du es auf irgendeinem technischen Gerät abspielst, ob es jetzt, sage ich mal, auf dem Rechner ist oder ein Tablet oder ein Smartphone oder wo auch immer. Vielleicht guckst du es über YouTube, auf dem Fernseher. Spielt keine Rolle. Diese Worte erreichen dich auch dadurch, dass viele, viele, viele Menschen, Hunderttausende von Menschen, wenn nicht sogar noch viel, viel mehr, hier an dieser Stelle kooperiert haben. Nehmen wir einfach nur mal einen Computer. Wie viele Menschen haben da weltweit dran zusammengearbeitet, Technologien entwickelt, Hardware entwickelt, Software entwickelt, damit das möglich ist, dass du das jetzt empfangen kannst? Oder denk daran, wie viele Millionen von Server auf der Welt verteilt sind, die dafür sorgen, dass diese Worte jetzt sozusagen durch das gesamte Internet huschen können und eben genau in diesem Augenblick jetzt vielleicht eben auch bei dir ankommen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, Liebe ist für mich dieser unglaubliche Drang, der überall da ist, sich zu verbinden, Kooperation einzugehen und dadurch Dinge zu ermöglichen, die wir, wenn man die Einzelteile betrachten würde, ein Einzelteil gar nicht erbringen könnte. Das ist das Wunder der Liebe. Und Liebe ist, daran merkst du schon, wie ich das so ausdeute, ist etwas, was es in vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gibt. Und das fängt vielleicht bei der Selbstliebe an, wenn du dir einfach mal was Schönes gönnst, dich in die Sonne legst, einen Kaffee oder einen Tee trinkst, Musik hörst oder was auch immer. Das geht natürlich selbstverständlich bei den Partnerschaften weiter, gar keine Frage. Auch das ist natürlich eine sehr wichtige und natürlich auch sehr beliebte und manchmal auch sehr leidenschaftliche, wo man nicht genau weiß, ob nicht das Leiden sogar ein bisschen im Vordergrund manchmal steht. Ja, aber Form der Liebe. Und natürlich haben wir auch eine Form von Liebe, wenn wir als Papa oder Mama mit unseren Kindern zusammen sind. Ja, das ist auch eine Form von Liebe. Und unsere Freundschaften, die wir hegen und pflegen, sind ebenfalls ein Zeichen von Liebe. Und wenn du jetzt ein bisschen größer denkst, so in Richtung Community, Gemeinschaften, dann kannst du sehen, dass überall auf der Welt, egal wo du hingehst, gibt es immer dieses besondere Wir, das Menschen einfach miteinander verbindet. Ob das so Amish People sind in den USA oder Rocker in Deutschland, die werden vielleicht nicht sagen, ja, wir lieben uns alle, aber auf gewisse Art und Weise sind die einfach auf einer tiefen Ebene verbunden. Und das bringen die auch äußerlich zum Ausdruck. Und das ist denen wichtig, ja, das ist das, was dann sie zu einer Gemeinschaft zusammenbringt. Ja, oder es gibt halt auch Hare Krishna Jünger, ja, die das dann irgendwie auf einer ganz anderen Ebene leben. Oder hier haben wir unsere Nachbarn aus der Niederlande, die, ich weiß nicht was genau, wahrscheinlich Fußball oder sonst was irgendwie feiern, ja. Und die sind halt alle gleich gekleidet, ja, und haben irgendwie Spaß miteinander, wie man hier sieht, weil sie miteinander kooperieren, weil sie miteinander verbunden sind, weil sie was Gemeinsames teilen. Und das ist für mich eine Form von Liebe. Und vielleicht die höchste Form von Liebe, die man vielleicht eingehen kann, ist vielleicht die Liebe zu Gott, ja, oder dem Universum oder zu etwas Höherem. Und auch das ist eine Form von Liebe, die Menschen überall auf der Welt in verschiedensten Religionen praktizieren. Und last but not least gibt es Liebe auch bei der Arbeit. Ja, zum Beispiel jemand wie Elon Musk, der Elektroautos entwickelt oder an Raumfahrtprogrammen arbeitet. Ja, der hat eine Liebe zu seiner Vision, ja, etwas, was er gerne in die Welt bringen möchte. Und das ist sozusagen diese Liebe, dieser Trieb, ja, sich auf diese Zukunftsvision einzuschießen und auch Menschen zu mobilisieren. Das ist der Brennstoff, ja, der dann dafür sorgt, dass er wirklich auch was Neues und Innovatives in die Welt bringt. Oder neben Steve Jobs, dem Mitbegründer von Apple, der gesagt hat, der einzige Weg, großartige Arbeit leisten zu können, ist zu lieben, was du tust. Ja, wenn du Liebe in deine Arbeit reinbringst, wenn du mit Begeisterung an das rangehst, was du da machst, wenn du Freude an dem hast, ja, wenn du ganz viel Energie reinsteckst, bis in das kleinste Detail, bis in das i-Tüpfelchen dafür sorgst, ja, dass alles richtig, richtig toll ist, dann praktizierst du Liebe in deiner Arbeit. Und wenn wir schon bei Liebe bei der Arbeit sind, ja, natürlich fallen wir uns ja nicht alle um den Hals, aber letztendlich, sag ich mal, ist auch Teamwork nur möglich, ja, wenn sich die Leute mögen. Ja, wie gesagt, das muss jetzt ja nicht weitergehen, als jetzt, sag ich mal, ein ganz platonisches Mögen, aber dass sie sich mögen und dass sie kooperieren, dass sie Verbundenheit haben. Und wir alle haben das schon erlebt, dass wir vielleicht mal in einer Firma gearbeitet haben oder in einem Projekt gearbeitet haben, wo es ganz wenig Liebe gab, ja, wo alles auseinander gedriftet ist oder die Leute Intrigen gespielt haben, ja, oder es einfach gar keine klare Ausrichtung gab. Was soll dieses Projekt, was will diese Firma jetzt erreichen? Und das war keine angenehme Erfahrung und umgekehrt haben wir es erlebt, was passiert, wenn wir mal in einem Team gearbeitet haben, Team gespielt haben, wo alle an einem Strang gezogen haben und wo man sich einfach irgendwie respektiert und gewertschätzt hat. Ja, deswegen ist Liebe ein extrem wichtiger Faktor bei der Arbeit. Und das gilt nicht nur intern, das gilt natürlich genauso auch zum Beispiel für Geschäftspartner. Ja, vielleicht hast du schon mal erlebt in einer Firma, wo es Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern gab, die unerquicklich war, ja, weil man irgendwie nicht ehrlich miteinander umgegangen ist, weil man sich gegenseitig runtergerissen hat, irgendwie immer nur mit den Preisen gedrückt hat oder andere Zusammenarbeiten erlebt, ja, wo beide zusammen eine Win-Win, eine Gewinner-Gewinner-Konstellation gebildet haben und dadurch was entstanden ist, dass den einzelnen Partnern nicht möglich war, aber durch den Zusammenbund, ja, durch diesen Verband hat es dann geklappt. Und das gibt es nicht nur in der Form, jetzt sage ich mal, dass man kommerziell auf irgendwelchen Projekten arbeitet oder irgendwelche Produkte entwickelt, sondern es gibt es auch in der Form, dass zum Beispiel im Netz bei einer Plattform wie GitHub Softwareentwickler aus aller Welt, 100.000, vielleicht Millionen sogar von Entwicklern, dort kostenlos Software zur Verfügung stellen, die dann andere Entwickler nutzen können für ihre eigenen Projekte. Ja, und das macht natürlich auch einfach vieles möglich und hat auch dazu geführt, dass viele Entwickler eben ihre eigenen Entwicklungen viel schneller vorantreiben konnten und eben aufgrund dieser Kooperation vielleicht noch in der Lage waren, so ein eigenes Produkt zu erstellen mit relativ geringem Aufwand, weil einfach bestimmte Sachen schon vorhanden waren und zur Verfügung gestellt worden sind. Und natürlich lebt ein Unternehmen auch von der Liebe zu seinen Kunden, gerade von seiner Liebe zu seinen Kunden, ja, ein Unternehmen, das in der Lage ist, Kunden zu begeistern, hat eine riesen Chance, dass die Umsätze und auch der Ertrag dementsprechend aussieht und last but not least sind auch Kunden, Kunden, die begeistert sind, Kunden, die auch bleiben und das ist genau das, was eigentlich jedes Unternehmen braucht, um langfristig leben zu können. Und diese Form der Liebe oder Kooperation gibt es auch in anderen Spielarten mit Kunden beispielsweise, wie zum Beispiel bei Kickstarter, wo Kunden jemandem für ein Projekt Geld zur Verfügung stellen, die sagen, ich kaufe das, ich will das haben, schon im Vorfeld, bevor überhaupt das Produkt da ist, ja, wo also sozusagen die Kunden es ermöglichen, dass etwas Bestimmtes entstehen kann. Und andere Form dieser Kooperation ist zum Beispiel eine Plattform wie Wazzi, wo es auch ein Crowdfunding gibt, wo sich viele Leute daran beteiligen, aber da geht es dann eben darum, dass medizinische Hilfe geleistet wird. Und sicherlich das bekannteste und berühmteste Beispiel im Netz für Liebe ist Wikipedia, ja, Wikipedia ist ein Beispiel dafür, wie das Wir, ja, das Wir, das Miteinander in Aktion zu einem riesen Erfolg geführt hat. Und ihr seht hier, dass hier ein Begriff auf der Folie steht, nämlich die Synergie des Wir in Aktion. Und was ich damit meine ist, dass wenn wir uns Liebe anschauen, wenn sie wirklich in Aktion ist, dass sie, wenn alles gut läuft, wenn wirklich die Resonanz auch da ist, dass dadurch eine Eskalation des Guten entsteht. Ich nenne das die Liebesspirale oder wie Eckart von Hirschhausen mal gesagt hat, ja, das ist dann die sogenannte Glücksspirale. Und das schauen wir uns mal einfach bei Wikipedia an, einfach mal um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, wie sich Dinge dann zum Positiven hochschaukeln. Schauen wir uns das mal bei Wikipedia an. Da hatten zu Anfang irgendwelche Leute eine Idee, lass uns noch ein Lexikon machen. Dann gab es die ersten, die mitgezogen haben und Artikel geschrieben haben. Ja, dann kamen die ersten Besucher, die Nutzen hatten und es dann weiterempfohlen haben. Dadurch wurden immer mehr Artikel von Leuten geschrieben, die das cool fanden. Dann wurde über die Website mehr und mehr berichtet und geschrieben und je mehr natürlich berichtet und geschrieben worden ist, desto mehr Artikel wurden geschrieben und desto mehr Besucher hat die Seite angezogen. Dann ging das irgendwann über den englischsprachigen Raum hinaus. Dann gab es in Deutschland, Frankreich, Spanien und was weiß ich nicht alles. Und die haben dann ebenfalls alle geschrieben und alle letztendlich freiwillig, ohne einen Euro oder einen Dollar oder sonst was zu verdienen, war einfach jeder von dieser Idee angetan. Und je mehr Leute da was reingesteckt haben, desto mehr Besucher kamen da eben auch zustande. Und heute ist Wikipedia ein weltweites Phänomen, das wirklich auch viel, viel, viel verändert hat. Wir haben hier in Gütersloh Brockhaus gehabt. Die mussten dann irgendwann dicht machen, weil einfach Wikipedia durch diese Kraft des Wir zu stark geworden ist. Und diese Synergie, das quasi aus, wie ich eben gerade eingangs schon gesagt habe, aus Millionen von oder Milliarden von Nervenzellen, muss man eigentlich sagen, dann das Gehirn entsteht. Das nicht nur denken oder sprechen kann, sondern Musik komponieren kann, Maschinen entwickeln kann, ein Partner liebevoll massieren kann und so weiter und so fort. Das ist das Wesen und die Kraft der Liebe. Und deswegen sage ich auch immer wieder, dass Liebe der Schlüssel zu allem Erfolg ist. Es kann nichts, aber auch rein gar nichts in dieser Welt entstehen, wenn nicht irgendwelche Teile, Anteile miteinander kooperieren in Liebe, wenn man so möchte, verbunden sind. Und deswegen ist Liebe der Schlüssel zu jedem. Ob das jetzt innerlich, ob das jetzt partnerschaftlich, ob das businessmäßig ist, ob das politisch ist, gesellschaftlich, kulturell, spielt überhaupt gar keine Geige. Das ist der einzige Faktor, der darüber entscheidet, ob da überhaupt irgendwas entstehen und gedeihen und blühen kann. Und wenn ich schon bei Blühen bin, wissen wir natürlich auch, naja, es blüht aber nicht immer alles. Wir kennen auch das Gegenteil, nämlich die Form von Unliebe, dass bestimmte Dinge manchmal auch in Stillstand geraten, dass sie anfangen zu verfallen, dass sie vielleicht auch zerstört werden. Und das ist dann die Form der Unliebe, die uns allen auch ganz schön zu schaffen machen kann. Und die Frage ist, gerade wenn wir auch über Liebesbeziehungen sprechen und ob es jetzt Liebe ist bei der Arbeit oder innerliche Liebe, Selbstliebe oder in der Partnerschaft, in der Familie, bei unter Freunden, wie auch immer, ist die Frage, warum ist das eigentlich alles so kompliziert? Warum ist das so schwierig, wenn doch eigentlich alles, was Liebe angeht, so eine großartige Kiste ist? Und ich will hier gar nicht lange hinterm Berg halten, weil ich glaube, die Antwort ist total einfach und sehr, sehr simpel. Liebe wird kompliziert, wenn wir anfangen, Angst beizumischen. Und ich möchte das, was wir jetzt als nächstes erkunden, wie uns nämlich Angst das Leben schwer machen kann und auch sowas Wunderbares wie Liebe zumindestens verdrehen und schwierig machen kann, das möchte ich gerne mit euch praktisch erarbeiten. Und deswegen möchte ich dich bitten, jetzt mal einen kurzen Augenblick darüber nachzudenken, was es eigentlich in deinem Leben gibt, was momentan mal nicht so prall läuft. Da kannst du entweder was nehmen, dass du merkst, dass innerlich irgendwie da Anteile in dir zerstritten sind, dass da Unliebe herrscht. Du kannst aber auch eine Partnerschaft nehmen. Vielleicht hast du dich irgendwie in den letzten Tagen mal gefetzt oder vielleicht habt ihr irgendwie Konflikte, die ihr irgendwie momentan überhaupt nicht gut ausgetragen bekommt. Oder irgendwas ist da nicht im Reinen. Das kann aber auch was bei der Arbeit sein. Vielleicht kommst du irgendwie mit bestimmten Kollegen überhaupt nicht klar oder mit deinem Chef oder Chefin oder wenn du selbstständig bist mit einem Kunden oder einem Geschäftspartner oder wie auch immer. Such dir einfach was aus und lass uns jetzt ein bisschen experimentieren und mal einfach angucken, wie spielt da die Angst rein, was macht das kompliziert und was kann man tun. Also ich möchte natürlich nicht nur hier das Negative beleuchten, sondern einfach auch Ideen geben, wie du vielleicht einen neuen Ansatz dazu findest. Also, lass die Übung. Such dir was aus, was jetzt momentan nicht so gut läuft in deinem Leben. Ob das jetzt was Persönliches, Partnerschaftliches, Freundschaftliches, Familiäres oder Berufliches ist. Und die erste Art und Weise, wie man herausfinden kann, ob da überhaupt Angst beigemischt ist, ist, dass man einfach mal schaut, welche Emotionen spielen da eine Rolle. Emotionen sind an dieser Stelle, in diesen Situationen spielen die eine Rolle, dass sie uns darauf hinweisen, dass es da irgendwie was gibt, was da vielleicht im Argen liegt. Und ich möchte dir mal so ein paar Emotionen vorstellen, die ein ziemlicher eindeutiger Hinweis sind, sozusagen ein Indiz sind, an dem du erkennen kannst, ob du es denn da mit möglicherweise einer Beimischung von Angst zu tun hast. Also zum Beispiel, wenn du Unsicherheit oder Selbstzweifel in der Situation spürst. Das ist definitiv ein Hinweis darauf, dass da in irgendeiner Form etwas Unliebhaftes beigemischt ist. Ja, und schau mal einfach für dich, will ich mal, kann das sein, dass das da eine Rolle spielt von meiner Seite aus. Gibt es da vielleicht Sorgen, Befürchtungen oder Ängste? Dass da irgendwas schief gehen könnte, dass du jemandem nicht vertrauen kannst. Und das sind alles schon so typische Emotionen und auch Gedanken, die dahinter stecken, die aus einer eigentlich wunderbaren Geschichte was ganz, ganz Schwieres machen können. Oder schau doch mal, ob da vielleicht in irgendeiner Form Neid, Eifersucht eine Rolle spielt oder gar Pessimismus. Das wird sowieso nichts. Oder eben auch, ja, den anderen geht es gut, aber mir nicht. Die haben da was, was ich gerne hätte, kriege ich aber nicht. Und deswegen bin ich ein bisschen neidisch und eifersüchtig. Und schau da ehrlich hin, weil wenn du da was verändern willst, ist es wichtig zu gucken, was passiert denn da. Und vielleicht musst du nicht nur bei dir hinschauen, sondern vielleicht auch bei den anderen. Vielleicht kann es auch sein, dass du auch schon mitbekommen hast, dass die anderen vielleicht auch Sorgen und Befürchtungen geäußert haben oder sich nicht sicher sind, ob das so gut funktioniert in der Partnerschaft oder in der Familie oder in deinem Job. Oder gibt es vielleicht Gedanken, Gefühle wie Ärger oder Wut? Und sehr klarer Hinweis dafür, dass da definitiv irgendwas da ist, was eine Dosis Angst injiziert in diese ganze Geschichte. Oder vielleicht gibt es das Gegenteil von Ärger und Wut, nämlich Ohnmacht. Irgendwut ist ja, sag ich mal, sehr nach vorne gehen, aggressiv sein, laut sein und Ohnmacht ist genau im Gegenteil, dass man sich total schwach und hilflos fühlt und es auch nicht in der Lage ist, das in irgendeiner Form auszudrücken, sich nicht mehr dafür einsetzen zu können. Und last but not least kann es sein, dass sogar irgendwie so Resignation oder Hoffnungslosigkeit in irgendeiner Form da schon in der Situation aufgetaucht ist. Man denkt, da wird irgendwie sowieso nichts mehr, der Drops ist gelutscht, da geht nichts mehr, was man da in irgendeiner Form noch einstehlen könnte. Schau dir das einfach mal an, weil das sind jetzt sozusagen die Emotionen, die dir schon den ersten Hinweis geben, in dieser Situation geht was irgendwie, was gar nicht gut ist für die Liebe. Und dann lass uns einen Schritt weiter gehen, weil Emotionen entstehen aus meiner Sicht immer aus Gedanken. Ich nenne die auch Dramaland-Gedanken. Und auch hier möchte ich dir einfach mal diese fünf Dramaland-Gedanken vorstellen, die hier bei Big Shift eine große Rolle spielen und die es natürlich dann auch wieder in unterschiedlichen Variationen gibt. Und deine Emotionen sind im Prinzip schon mal so ein ganz guter Hinweisgeber, um was für Dramaland-Gedanken es dabei gehen könnte. Ich fange mal an mit dem Thema Unsicherheit und Selbstzweifel. Das ist sehr häufig ein Hinweis darauf, dass ein Gedanke da ist, ich bin nicht gut genug. Ich bin zu dumm, ich bin zu arm, ich bin zu reich, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu unbelesen, ich bin zu intellektuell, ich bin zu schwach oder was auch immer. Und wenn man mit so einer Einstellung zum Beispiel in ein Projekt reingeht, dann ist natürlich klar, dass das irgendwie nicht mehr mit voller Kraft ausgelebt wird, weil da eben schon so ein Selbstzweifel gesät wird. Oder wenn man in der Partnerschaft ist und das Gefühl hat, ja, der andere oder die andere ist einfach viel stärker als attraktiver, begehrenswerter, belesener, was weiß ich auch immer. Und man fühlt sich selber da so ganz klein mit Hut. Dann ist das klar, dass aus dieser Liebe, dass in diese Liebe da jetzt was reingekommen ist, was es nicht ganz so einfach macht. Wenn du Sorgen, Befürchtungen, Ängste feststellst, ja, ob das jetzt bei dir ist oder auch bei den Beteiligten, dann ist das häufig ein Hinweis darauf, dass wir denken, die Welt ist irgendwie schlecht und gefährlich, man kann niemandem vertrauen. Man denkt, ja, keine Ahnung, mal laufen die Dinge gut und dann geht es wieder bergab irgendwie und das kann uns jetzt hier in der Familie oder bei dem Projekt ebenfalls passieren. Oder dass auch sowas da ist wie, ich kann den anderen nicht vertrauen, ich kann dem Leben nicht vertrauen, ich kann den Menschen nicht vertrauen. Und lass es einfach wirken, ja, und guck einfach mal an, was das da ist, was das sein könnte. Und Neid, Eifersucht und auch Pessimismus hat sehr viel damit zu tun, dass wir denken, es ist nicht genug für alle da. Es gibt nicht genug Zeit, es gibt nicht genug Geld, es gibt nicht genug Liebe, es gibt nicht genug Parkplätze, es gibt einfach von allem viel zu wenig. Und das führt entweder dazu, dass wir sehr neidisch und eifersüchtig sind oder dass wir pessimistisch werden und denken, ja, ich werde eh den Kürzeren ziehen. Und Ärger, Wut und Unmacht hat häufig was damit zu tun, dass wir das Gefühl haben, das Leben ist ein Kampf und wenn ich mich nicht durchsetze, wenn ich jetzt nicht hart bin, wenn ich jetzt nicht ganz, ganz krass mal mit der Faust auf den Tisch schaue, wenn ich hier nicht anfange, die Situation ein bisschen härter anzupacken, dann werde ich definitiv den Kürzeren ziehen. Und last but not least, wenn es Resignation oder Hoffnungslosigkeit oder sogar Depression ist, dann ist es oft so ein Gedanke wie, alles ist sinnlos, hat sowieso keinen Zweck, muss man nicht machen irgendwie, ist verlorene Liebesmühe. Und wenn du das feststellst, schreib das einfach auf für dich, analysier es jetzt auch nicht zu doll irgendwie, ist einfach nur mal wichtig, dass du verstehst, wie vielleicht eben eine Situation das verdreht. Und wie gesagt, wir machen das jetzt hier nicht, um die Situation noch schlechter zu reden, sondern es geht einfach nur darum, das zu begreifen und ich habe, wie gesagt, auch gleich noch eine kleine Übung, wie wir das vielleicht zum Besseren wenden können. So, das war der Dreimaland-Gedanke und dann ist das Nächste, was wir uns anschauen müssen, die Sehnsucht, die dahinter steckt, so nenne ich das immer, die Sehnsucht oder auch deine Wenn-Dann-Formel. Und das Problem ist, egal ob es jetzt ums Berufliche oder ums Private, um Liebesbeziehung oder sonst was geht, wir haben häufig so eine Vorstellung, dass wenn etwas Bestimmtes eintrifft, dann sind wir glücklich und wenn das eben nicht eintrifft, dann sind wir unglücklich. Ja, das sorgt dann häufig dazu, dass wir so dafür, dass wir so eine Art Abhängigkeit empfinden. Deswegen ist die Sehnsucht. Und ich gebe mal ein einfaches Beispiel, ja, zum Beispiel in der Liebe, wenn ich denke, wenn ich mit dieser Frau, mit diesem Mann zusammen bin, nur dann bin ich glücklich, dann führt das dazu, dass ich natürlich sofort mich abhängig mache von diesem Menschen. Und wenn dieser Mensch nicht greifbar ist, wenn der mal indisponiert ist oder wenn der sich mal mit jemand anders unterhält, ja, oder ich Sorge habe, ja, dass ich nicht gut genug bin, dann bekomme ich Angst. Und das Gleiche gilt auch, wenn ich zum Beispiel beruflich sage, wenn ich den und den Erfolg habe, wenn ich das und das Geld verdiene, wenn ich das und das Projekt eingestellt habe, wenn ich den und den Titel trage, ja, wenn ich das und das Auto fahre und so weiter und so fort. Auch das ist eine Wenn-Dann-Formel, ja, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich gut drauf, dann bin ich glücklich. Und das führt häufig dazu, dass Leute sich dann auch kaputt arbeiten, dass sie vielleicht sogar Burnout erleiden oder dass die fies oder intrigant werden. Ja, da gibt es verschiedenste Spielarten, wie man das dann so durchlebt. Und schau einfach mal für dich, was könnte denn so deine Wenn-Dann-Formel sein. Ja, was ist denn das, was du da erwartest, wenn das und das eintritt, ja, wenn meine Partnerin jetzt endlich mal so ist, wie ich mir das vorstelle, dann bin ich glücklich. Oder, ja, wenn ich jetzt endlich, endlich, endlich mal diese Umsatzgrenze knacke, ja, dann fühle ich mich erfolgreich. Dann schau es dir einfach mal an, ne, weil das sind alles Dinge, die uns das Leben da schwer machen können an der Stelle. Und schreib einfach auf, was dir spontan einfällt. Und der letzte Punkt, den wir uns anschauen, ist, was für Muster da in der ganzen Geschichte auch für eine Rolle spielen. Denn wenn Angst das Spielfeld betritt, dann wird oft in uns ein Anteil unseres Gehirns aktiviert, der sehr rudimentär denkt, der oft nur drei Muster kennt. Und das erste Muster ist, dass man den Drang hat, so schnell wie möglich aus der Situation auszusteigen. Stell dir vor, du gehst abends durch den Park, ja, bist alleine, ist dunkel, ja, plötzlich hörst du irgendwie ein Ass knacksen, ist auf die erste Reaktion abhauen. Und das gleiche gilt auch, ja, wenn man zum Beispiel einen Vorgesetzten hat, der schwierig ist, wo man weiß, oh, der kann mir echt Stress machen, dass wir den Drang haben, wenn der irgendwie in den Raum reinkommt, ne, abhauen, ne, mit dem nicht in einem Raum sein beispielsweise. Und das geht weiter in Beziehungen, ja, wenn wir zum Beispiel uns streiten und wir haben Angst, der andere könnte uns verlassen oder wir sind jetzt irgendwie unterlegen oder was auch immer, kann es sein, dass wir einfach Tourknallen abhauen. Was ist flüchten? Eine andere Form, wie man damit umgeht, ist, dass man sich einfach anpasst, dass man irgendwie gute Minus im bösen Spiel macht, obwohl man das eigentlich gar nicht machen möchte, wo man dann Ja sagt, obwohl man eigentlich Nein meint oder denkt oder fühlt. Ja, dass man dann, wenn der Chef rüberkommt oder ein Kunde mordst irgendwie und man eigentlich denkt, ja, eigentlich ist sich das vollkommen anders, aber man denkt dann daran irgendwie, ja, fliege ich raus, kriege ich den Kunden nicht mehr, den Auftrag nicht mehr, na, mache ich mal irgendwie gute Miene zum bösen Spiel, spiele da mal mit. Das ist dann so anpassen und das ist natürlich auf Dauer gesehen auch keine besonders gesunde Haltung. Das macht ja auch keinen Spaß. Und das dritte Muster, das wir kennen, das kennt natürlich auch jeder, ist, dass wir aggressiv werden, ja, dass wir versuchen irgendwie den anderen doch irgendwie einzunordnen und in Richtung zu spielen. Und das schau dir einfach mal an, als Muster, ne, was machst du da, was machen die anderen da, ja, und dadurch hast du vielleicht eben auch eine Klarheit, ja, was da in deinem Leben in dieser Situation passiert. So, und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne von euch mal wissen, was ihr jetzt aus diesen Dingen für euch schon erfahren habt. Also, ja, was haben euch vielleicht die Emotionen gelehrt über die Dramaland-Gedanken, was habt ihr für eine Wenn-Dann-Formel entdeckt, ja, oder habt ihr vielleicht ein eklatantes Muster entdeckt in dieser Situation, dass ihr lebt. Und schreibt mir das mal in den Chat hinein, jetzt bin ich sehr neugierig von euch zu erfahren, was ihr jetzt vielleicht gelernt habt, ja, wo an dieser Stelle die Angst da vielleicht so ein bisschen reingemischt hat in dieses ganze Szenario und dir das Leben da schwer gemacht hat. Und während ihr das jetzt reinschreibt, werde ich jetzt einfach mal noch kurz skizzieren, ja, was passiert, wenn wir dieser Angst frönen. Aber vielleicht warte ich erst mal ganz kurz ab. Schreibt mir doch mal einfach in den Chat rein. Bin mal ganz gespannt, ob ihr mir hier ein bisschen was zuteilwerden lasst, was ihr hier für Erkenntnisse gesammelt habt, was ihr hier für Erfahrungen gerade gemacht habt. Julia schreibt hier, das hat vermutlich mit Vertrauen zu tun in sich, die Situation, das Leben, die Leute. Wie ist es bei den anderen? Schreibt mir mal ein bisschen hier rein. Ich bin ganz neugierig. Und Farid sagt hier, kann ich auch Fragen stellen? Natürlich kannst du das. Und Farid schreibt hier sogar, danke schön. Bei ihr hat sie festgestellt, dass Unsicherheit ein wichtiger Faktor ist. Wie ist es bei den anderen? Schreibt mir doch mal ganz kurz hinein, was so bei euch ganz wichtige Punkte sind. Julia sagt, ich spüre es körperlich. Was haben die anderen für sich so festgestellt? Jetzt, wo wir hier an diesem Thema dran sind. Ursula sagt, ich bin Mutter von drei Kindern und ich denke, dass ich die Formel habe, wenn ich endlich Geld verdiene mit dem, was ich gerne mache, dann erst werde ich in meiner Familie wirklich respektiert. Ja, das ist eine wunderbare Wenn-Dann-Formel. Und das finde ich total großartig, dass du das hier mit uns gemeinsam teilst. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir alle in der einen oder anderen Form schon mal erlebt haben, dass wir denken, ich werde nicht respektiert, aber wenn ich das und das erreicht habe, dann werden die anderen mich endlich ernst nehmen, annehmen etc. Manuela sagt, ich erlebe hier bei mir in dieser Situation, dass Selbstzweifel reingekommen sind. Und Petra sagt, ich bin dann aus der Situation geflüchtet aus Unsicherheit und Angst. Ja, und so merkt ihr dann, ja, dass eigentlich diese wunderbare Geschichte der Liebe quasi an dieser Stelle kontaminiert, vergiftet wird, weil wir diese Gedanken und Gefühle und Muster da reinbringen. Manuela hat hier eine sehr schöne Wenn-Dann-Formel, wenn ich genug Kunden habe, bin ich wertvoll. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, Manuela, was passiert, wenn du mal weniger Kunden hast. Ja, dann ist das ja nicht nur so, dass du sagst, puh, ich muss mal was umsatztechnisch leisten, ja, oder wir müssen irgendwie zusehen, dass wir Rechnung bezahlen können. Nein, es geht auch an dein Selbstwertgefühl. Ja, und das kann uns dann wirklich richtig, richtig hart anpacken. Ja, weil es dann eben nicht nur um eine Sachlage geht, sondern dann geht es darum, dass es eigentlich was mit uns selbst, mit unserer Identität, mit unserem Selbstwertgefühl zu tun hat. Und da sind viele, viele Menschen in dieser Richtung unterwegs. Ja, und bei mir war das sogar ganz persönlich, war das super akut. Ich bin immer jemand gewesen, der beruflich unglaublich ambitioniert war und ging immer darum, ja, dass ich meine eigene Unsicherheit, meine eigenen Selbstzweifel dadurch irgendwie kurieren wollte. Und das ging dann immer gut. Wenn ich dann einen guten Lauf hatte, war ich dann irgendwie auch top drauf, ja, und habe mich dann gefühlt wie der Allergrößte. Und wenn dann irgendwie Dinge schiefgegangen sind, dann hing ich aber echt in den Seilen, ne, und zwar richtig in den Seilen, weil ja jetzt mein Selbstwertgefühl angegriffen war. Andrea sagt hier, wenn ich finanziell unabhängig bin, kann ich endlich mein Leben leben. Ja, also das heißt, dein Lebensglück, deine Lebensfreude hängt von deinem Kontostand ab. Das ist ein gängiger Gedanke, aber ist natürlich extrem gefährlich. Samira sagt, ich denke, wenn ich einen Mann an meiner Seite habe, der mich liebt, dann fühle ich mich wertvoll. Das ist wieder das Gleiche. Ja, und das Blöde ist, es kann sogar genau zum Gegenteil führen, ja, dass vielleicht ein Mann, ne, spürt, die hat gar kein richtiges Selbstwertgefühl, die finde ich gar nicht attraktiv. Und das gilt auch umgekehrt für Männer, ja, die immer Frauen hinterherlaufen, dass dann Frauen denken, der läuft mir so hinterher. Ja, der hat ja überhaupt kein eigenes Standing, ja, das finde ich nicht attraktiv. Reinhard sagt, ne, ich werde glücklich oder glücklicher sein, wenn ich meinen Traumjob habe. Ja, während es vielleicht genau umgekehrt ist, ja, wenn man glücklich ist, dann zieht man vielleicht den Traumjob viel leichter in das eigene Leben rein. Ach, jetzt sage ich, ich bin arbeitslos, bei mir trifft ganz viel zu. Und das ist erstmal wichtig, das zu erkennen, ne, dass du merkst, dass du eigentlich an dieser Stelle aus einem Ort heraus handelst, der eher negativ gepolt ist. Ich nenne das das Dramaland, in dem wir dann sind. Und wir wollen aber in das Erfolgsreich rein, ne, dass wir quasi eine Haltung haben von Liebe. Und da wollen wir gleich auch ein bisschen was zu machen, dass einfach mal wir eine erste Unterbrechung in diese ganze Geschichte reinbringen. Und Julia sagt, bei ihr ist der Fluchtreflex sehr stark, ja, und das Interessante ist für sie, ja, dass, ne, wenn man sogar nur über eine bestimmte Sache drüber nachdenkt, dass da schon der Fluchtreflex einsetzt. Ilz sagt, Selbstzweifel und Aussichtslosigkeit spielen bei ihr eine Rolle. Ja, Sabine sagt, wenn ich genügend Umsatz mache, kann ich entspannter leben. Und oft ist es vielleicht umgekehrt, wenn man entspannter lebt, ja, hat das vielleicht auch einen Einfluss darauf, wie man mit Kunden umgeht und auch Umsatz macht. Und Ataluna sagt hier, wenn ich selber gute Laune habe und freundlich bin, lieb mich mein Sohn und kämpf nicht gegen mich. Und Petra sagt, ich hätte meine gesamte Zeit für die Familie eingesetzt und habe in den Alltag mein Leben vernachlässigt. Erst wenn die Situation eskaliert, bin ich wach geworden. Und das ist ein wunderbares Beispiel, das ich jetzt gleich an dieser Stelle auch aufgreifen möchte, was du hier gesagt hast, nämlich das Thema der Eskalation. Und tatsächlich ist es so, wir haben ja vorhin über die Liebe gesprochen und darüber, dass da so eine Synergie einsetzt, wo sich alles gegenseitig zum Besseren hoch spult. Aber das gibt es leider, wenn die Angst dabei gemischt wird, auch als negative Spirale oder man könnte auch sagen als Teufelskreis. Stellen wir uns mal vor, Wikipedia ist extrem erfolgreich. Wie könnte man die jetzt sozusagen runterbringen? Naja, indem man einfach anfängt, langsam aber sicher irgendwie Zweifel da rein zu mischen. Ich gebe mal ein Beispiel, stellen wir mal vor, Wikipedia läuft wie eine Eins und dann kommen aber einige Leute, die irgendwie an der Idee selbst zweifeln. Die sagen, ja, aber die Artikel sind ja alle nicht wissenschaftlich fundiert und da wird auch irgendwie viel Unfug geschrieben, kann man gar nicht benutzen. Und wenn man anfängt, erst mal Zweifel zu sehen, kann es dann ruckzuck passieren, dass es andere Leute gibt, die ebenfalls diese Zweifel aufgreifen und noch den einen oder anderen Grund dazu finden. Und das ist vielleicht bis hierhin noch nicht mal gravierend, aber wenn dann zum Beispiel Leute anfangen zu sagen, okay, ne, die Quelle kann ich nicht mehr benutzen, ja, das ist doch nicht interessant, ja, ich sollte doch vielleicht mal was anderes irgendwie konsultieren. Das ist so eine Wirkung natürlich, dass mehr Leute daran zweifeln, dass dann auch immer weniger Leute Artikel veröffentlichen. Ja, dadurch wird, kommt die Website so ein bisschen Verruf, ne, über die Website wird dann negativ berichtet und geschrieben, Wikipedia ist auch nicht mehr das, was es mal war und so weiter und so weiter. Ja, und dann setzt genau die Negativspirale ein, der Teufelskreis, weniger Artikel, weniger Besucher. Ne, immer mehr interne und externe Helfer springen ab, ja, immer weniger Artikel, noch weniger Besucher, das ist dann so, ne, und irgendwann bleibt dann mal sowas irgendwie, was mal erfolgreich aufgeblüht war, dann quasi so als Webwüste, und das ist, sag ich mal, ein Beispiel aus, ein ganz großes Beispiel aus dem Web, aber wir alle kennen das zum Beispiel aus Beziehungen. Ja, dann ist irgendwie ein Konflikt, ja, reißt doch schon irgendwie die ersten Risse in die Beziehung rein und dann durch diese Risse, ja, entsteht auch Misstrauen und dieses Misstrauen führt dann dazu, dass öfters Missklang da ist, bis dann irgendwie die Schreitereien zunehmen, ja, ein Wort gibt das andere und es wird dann immer häufiger, bis dann irgendwann einem der beiden, irgendwie beide zusammen der Geduldswaden reißt und dann ist die Beziehung in Scherben. Ja, auch das ist sozusagen ein Teufelskreis, der eine Beziehung einsetzt und ich glaube, jeder von uns hat sowas auch schon mal in der einen oder anderen Form erlebt und selbst in unserem Innern kann das stattfinden. Wer von euch hat das nicht schon mal erlebt, ja, dass ihr irgendwie einen düsteren Gedanken hattet und dann kommt noch ein weiterer düsterer Gedanke hinzu und dann kommt noch einer dazu und ehe man sich versieht, ja, legt man schon irgendwie traurige Bluesmusik auf und trinkt sich einen Whisky, weil man irgendwie in kompletten Scheißlaune landet, ja, und man auch kaum noch einen Weg findet, da rauszukommen. Und wenn das mal passiert, ist das nicht dramatisch, ja, ein Streit ist nicht dramatisch, mal Zweifel zu haben ist nicht dramatisch, selbst eine Phase von ein paar Wochen, wo man merkt, irgendwie die Dinge laufen nicht so rund, all das kann, kann man irgendwie wieder ausgleichen, aber wenn das, diese Negativspirale, dieser Teufelskreis außer Rand und Band gerät, dann kriegt er irgendwann so eine Dynamik, ja, so eine Wucht, dass er kaum noch aufzuhalten ist und dann passiert das, was man sich eigentlich gar nicht wünscht, nämlich, dass wirklich etwas gravierend scheitert, ja, und dass dann plötzlich etwas explodiert und eine Krise eintritt. Das ist dann, dass die Ehe gescheitert ist, dass die Beziehung gescheitert ist, man ist auseinander, dass man im Job gescheitert ist, dass man, wenn man selbstständig ist, dann plötzlich eine Pleite schlittert, ja, oder dass man seinen Job verliert, und so weiter und so weiter. Und dieser Teufelskreis, ja, und diese Explosion, mit der anschließenden Explosion und der Krise, hat jeder von uns auch schon mal erlebt, das ist eine Möglichkeit, wie man aus diesem Teufelskreis auch rauskommt. Ja, weil wenn wirklich alles ein Schutt und Asche ist, dann ist der Drops gelutscht, aber es gibt eine Chance für einen Neubeginn, aber, und das ist natürlich das Problem dabei, dieser Neubeginn ist dann schon belastet, weil man jetzt so viel Negativerfahrung in diesem Bereich gesammelt hat und jeder, der ein paar Mal eine Beziehung erlebt hat, die gescheitert sind, hat dann vielleicht auch erlebt, ja, dass mit jeder Beziehung da schon so mehr Abstand, mehr Risse, ja, mehr Misstrauen da war. Und der andere Weg, und das ist das, worum es hier geht, auch in dem Big Shift Love Experiment ist, dass man aufwacht und erkennt, verdammt, ja, ich bin genau hier in dieser Situation, in meiner Partnerschaft, in meinem Beruf, in der Familie, in diese Spirale reingeraten. Und es gilt jetzt, Liebe in die Situation wieder einzubringen. Ja, so wie Angst da reingegangen ist, geht es jetzt darum, in genau diese Situation Liebe einzubringen. Denn wenn es dir gelingt, in deinem Leben aus der Angst rauszugehen, das Dramaland zu verlassen und dich für die Liebe zu entscheiden, für das Miteinander, für die Verbundenheit, für das Mitgefühl, für die Dankbarkeit, die das Gute sieht, was da ist in dem Leben. Wenn ich dafür entscheide, das ist für mich der Big Shift. Ja, und wenn dein Leben gerade von Krisen geschüttelt sein sollte, ja, oder in bestimmten Bereichen von Krisen geschüttelt sein sollten, und du solltest jetzt da beginnen, ja, Liebe reinzubringen, das ist für mich der Big Shift, der ganz große Wandel von Angst zu Liebe, vom Dramaland zum Erfolgsreich. Und das ist das, worum es hier bei dem Big Shift Love Experiment geht. Und das ist auch das, was wir jetzt als nächstes praktizieren wollen. Bevor ich das allerdings mache, würde ich gerne von euch wissen, ich habe gesehen, ihr habt noch gechattet, welche Fragen ihr habt, und dann werden wir uns gleich mit dem Prozess beschäftigen. Heike sagt, es ist erschreckend, wie viel Macht man anderen Leuten dadurch gibt, wenn man sein Glück von anderen abhängig macht. Und das ist erschreckend, aber dieses Erschrecken ist gut, weil wenn du es merkst, was da passiert, hast du eine Chance, das auch zu ändern. Viele Leute haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, die wundern sich nur, warum ist in der Partnerschaft immer so viel Stress, so viel Dries, warum haben wir so viele Konflikte? Das ist der Grund. Und Sabine schreibt hier, wenn ich einen Sport finde, der mir Spaß macht und mich mir aufrauche, ihn regelmäßig zu betreiben, dann bin ich wieder wacher und besser drauf. Das ist eine Form von Selbstliebe, die du da praktizierst. Da bringst du in dein Leben eine Form von Selbstliebe rein, nämlich Sport zu machen, das dir wieder gut gehen zu lassen. Und genau das ist das, was heilt, dass eine unheile Situation wieder ganz matt heilt. Dann haben wir hier Gero, der sagt, da ich nur den gegenwärtigen Moment als wirklich wichtig ansehe, was nicht heißt, dass ich keine Ziele habe, gibt es keine wirkliche Wenn-Dann-Formel, höchstens das Prinzip von Ursache und Wirkung. In meiner Liebe zu meiner Partnerin achte ich sehr daher auf Aufmerksamkeit und Hingabe. Und das finde ich, ist ein super Hinweis, Gero. Denn genau darum geht es, dass man jetzt gar nicht da die großen Veränderungsprozesse sich vornimmt, sondern eigentlich nur eine andere Haltung einnimmt, eine andere Sichtweise gewinnt und aus dieser Sichtweise heraus dann auch eben anders handelt. Und das wollen wir jetzt mal machen. Und dazu lade ich dich jetzt ein, euch alle ein, Folgendes zu tun. Bitte denkt an eine Situation in eurem Leben, wo jemand einen Fehler gemacht hat, ihr aber diese Situation so, ihr diesen Menschen so sehr lieb habt oder euer Herz geschlossen habt, dass ihr ihm einfach verzeihen möchtet. oder müsst sogar. Das einfachste Beispiel ist, was bei mir immer funktioniert, ist, dass es so, was weiß ich, wenn einer meiner Kinder irgendwie aus Versehen Scheiß gebaut hat, keine Ahnung, wie Glas umgeworfen hat, oder typisches Versorgung, aber das hat er nicht bösartig gemacht, sondern einfach, weil er in dem Augenblick das nicht anders richtig einschätzen konnte. Dann bin ich vielleicht im ersten Augenblick sauer, aber im zweiten Augenblick denke ich auch irgendwie, das hat er ja nicht böse gemeint und ich bin doch echt lieb und jetzt guckt er irgendwie so betröppelt irgendwie. Das ist schon ein Punkt, wo ich einfach merke, das kann ich gar nicht anders, muss ich verzeihen. Es kann zum Beispiel sein, dass du vielleicht eine Lieblingskollegin hast oder eine Lieblingsfreundin und die hat irgendwie einen Fehler gemacht und du hast vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen angestoßen, aber danach war schon gleich der Punkt erreicht, wo du der Kollegin verzeiht hast und gesagt hast, verziehen hast, ja, ist egal, Schwamm drüber, ist vollkommen unwichtig. Such dir mal so eine Situation, wo du jemandem ganz leicht was verzeihen kannst, ja, wo was schief gelaufen ist und du einfach verzeihen kannst und verzeihen ist definitiv eine Form von aktiver Liebe und während du an diese Situation denkst, achte mal darauf, wie du daran denkst und damit meine ich, wenn du hier irgendwo in den Raum reinzeigen könntest, wo würdest du sagen, ist diese Situation? Wo ist diese Situation? und vielleicht sagst du, ja, die sehe ich vor mir, vor meinem Auge, dann achte mal darauf, ist die eher links oder rechts oder geradeaus oder ist die vielleicht eher ein bisschen weiter weg, hinter dir, vor dir, achte mal darauf, zeig mal spontan da hin. Da spielt jetzt keine Geige, wenn du sagst, fällt mir jetzt ganz schwer, weiß ich nicht, dann such dir einfach spontan einen Ort aus und sagst, da könnte die sein. und dann möchte ich dich bitten, an die Situation zu denken, die schwierig ist und Dinge nicht so gut laufen und guck mal instinktiv, wo würdest du diese Situation hinpacken? Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, spielt keine Geige, wo ist sie? Und wenn du gar nicht weißt, wo du sie hinpacken sollst, keine Ahnung, was will der Martin hier von mir, dann zeig einfach einen Ort, wo du sagst, okay, da könnte ich sie mir vorstellen. Und dann möchte ich dich bitten, diese Situation jetzt einfach mal probehalber auf die Stelle zu schieben, wo du ganz leicht verzeihen kannst. Dass du sie liebevoll anschauen kannst. Probier es einfach aus, für einen kurzen Augenblick. Du kannst sie gleich wieder irgendwie zu den Ärgersituationen deines Lebens schieben, aber zieh sie mal für einen kurzen Augenblick rüber, dass du sie liebevoll betrachten kannst, auch die Beteiligten liebevoll betrachten kannst, wie vielleicht ein Kind. Ja, oder Kinder. Gute Freunde, guten Freund. Ja, Menschen, die du in dein Herz geschlossen hast. Und wenn du das jetzt machst, frag dich mal, was würde jetzt die Situation nach vorne bringen? Schau dich mal wohlwollend an und frag mal einfach, was würde Heilung bringen? Und Heilung heißt, ja, das ist das Gegenteil von Unheilung. Und Unheilung heißt, dass irgendwas fehlt, kaputt ist, ja, irgendwas, ein Stoff, was so ist, irgendwas fehlt. Deswegen ist es noch Unheilung. Und wenn wir was heile machen, wenn wir was heile machen, also ganz machen, dann müssen wir häufig noch was dazufügen. Und was ist das, was diese Situation braucht? Brauchst du mehr Aktivität von dir, dass es wieder zum Laufen kommt? Brauchst du vielleicht eine Portion Optimismus? Brauchst du vielleicht Anerkennung oder Wertschätzung für dich oder auch für andere? Brauchst du vielleicht ein Verzeihen? Ja, dass einer mal sagt, Schwamm drüber, jetzt komm, lass uns mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Schau dir einfach liebevoll an und achte mal da drauf, was kommt dir da in den Sinn, was du da machen kannst, um diese Situation zu verbessern, von deiner Seite aus. Und lass das einfach jetzt mal für einen Augenblick sacken, ja, was du tun kannst. Und dann möchte ich dich bitten, das einfach mal in den Chat hineinzuschreiben. Was könnte denn eine Sache sein, ja, mit der du diese Situation jetzt mit mehr Liebe ausstatten kannst? Und achte mal da drauf, wie es dir jetzt auch dabei geht, wenn du in dieser liebevollen Haltung an diese Situation rangehst. Und ich erwarte jetzt nicht, dass wenn du mir schreibst, dass du sagst, es ist alles perfekt und Hurra, ja, und meine Probleme sind alle gelöst. Das ist vielleicht in bestimmten Lebenssituationen, wenn man arbeitslos ist oder gerade verlassen worden ist oder wie auch immer, nicht so einfach, aber mich interessiert, welche Veränderung du spürst, wenn du so liebevoll daran gehst. Manuela sagt, ja, in dieser Situation brauche ich mehr Selbstliebe, dann wird es ganz leicht, genau. Dann haben wir hier Heidi, die sagt, ich sollte wieder anfangen zu malen und ihm das Bild zeigen. Sehr schön. Außer Mira sagt, es fehlt mir Selbstliebe, mir fehlt Liebe in mir selbst und zu mir selbst und daran merkt er, ja, an diesen ersten Aussagen, wie wichtig die Liebe ist und dass Liebe, wenn sie da reinkommt, wirklich alles in deinem Leben verändern kann. DJ schreibt ja, Respect yourself, das scheint das Thema zu sein. Sonja schreibt, akzeptieren was ist und akzeptieren, also auch eine Situation so anzunehmen, wie sie ist oder einen Menschen so anzunehmen, wie er oder sie da gerade ist, das ist für mich eine besonders hohe Form von Liebe, weil wir dann in dem Augenblick dem anderen signalisieren, du musst dich nicht verändern, du musst jetzt hier nicht das und das machen, um mir zu gefallen, sondern so wie du da gerade bist, mit deinen Stärken oder Schwächen oder mit deinen Seiten, mit denen ich sonst nicht zurechtkomme, bist du aber trotzdem für mich in Ordnung. Das ist für mich eine besonders hohe Form von Liebe. Julia beschreibt, es wird leichter, körperlich entspannt sich, Gelassenheit fehlt in der Situation. Genau. Merkst du daran, merkt ihr daran, dass wenn ihr euch mehr Liebe da in der Situation könnt, dass dadurch echt vieles einfacher und leichter wird. Heike sagt, akzeptieren, dass sich nicht alles ändern kann. Farid sagt, die Emotionen haben sich beruhigt und ich spüre Wertschätzung in meinem Herzen. Heike dagegen sagt, bei mir kommt, immer mache ohne zu denken, einfach sagen, schauen wir mal, lass es laufen. Das ist Vertrauen und Vertrauen, das ist auch das, was die Akatja sagt, Vertrauen, dass alles gut ist. Das fehlt da und das sollte da jetzt einfach reingesteckt werden und Liebe oder Vertrauen kann nur durch Liebe entstehen. Die Liebe, dieses Gefühl, dass alle Beteiligten vielleicht wirklich auch was Gutes wollen und dass es deswegen auch stimmig ist. dann haben wir hier Claudia, die schreibt, ich umarme die Situation gedanklich, die ich vorher vom Belastungsort zu meinem Liebesort geschoben habe und dann wird es besser und entspannt sich. So einfach kann das gehen. Anne sagt, es fehlt mir Zuversicht und Anerkennung, Akzeptanz. Wunderbar, ja, also ihr merkt, durch diese simple Übung einfach das nur liebevoll anzuschauen, das haben wir hier nicht gemacht, ja, kommen gleich Lösungsvorschläge, von dem man jetzt auch schon weiß, ja, klar, wenn du noch mehr Akzeptanz reinbringst, wird das auf jeden Fall besser laufen. Julia sagt, es kommt bei ihr irgendwie in den Flow, ohne dass ich es jetzt recht sagen kann, ja, was ist es denn ganz genau? Ralf Henning schreibt ja mal mehr Zuversicht und Gewissheit, dass es so wird, wie ich es mir vorstelle, das macht mein Herz leichter und weiter. Ja, und aus dieser Haltung heraus, ja, dass es leichter wird und weiter wird, bist du in der Lage auch anders zu handeln und wirst auch auf andere Menschen wirken, ob das dann immer auch dazu führt, dass diese Lösung auch hundertprozentig funktioniert, das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass du aus dieser Haltung auf jeden Fall eine wesentlich höhere Chance hast, die Dinge zum Besseren zu wenden und diese Haltung, die du da beschrieben hast, das ist für mich das Erfolgsreich. Das Erfolgsreich ist jetzt nicht, dass ich eine Million auf dem Konto habe, sondern das Erfolgsreich ist ein innerlicher Zustand, dass ich weiß, dass ich von mir aus was Gutes und Liebevolles in das Leben reinbringen kann und dann erfolgt, ja, dann kommt etwas Gutes zu mir zurück. Arne schreibt, Liebe heißt Offenheit, Offenheit für das Sein des Anderen, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt, die Welt des Anderen respektieren, denn seine, ihre Welt ist für ihn, sie richtig, so wie die eigene Wahl für einen selbst. Und er hat gesagt, hier loslassen, vertrauen, dass alles seinen Sinn hat, auch wenn ich es selber nicht verstehe. Das ist auch eine hohe Form der Liebe, dass man zumindest mal davon ausgeht, dass da ein Sinn drinne steckt und dass er sich vielleicht auch früher oder später erschließen wird. Und Daniel sagt, mehr Selbstliebe, das Bedürfnis, auf die innere Stimme zu hören. Und damit möchte ich hier unser kleines Experiment für heute beenden und ausklingen lassen und euch nochmals einladen in das Big Shift Love Experiment. Denn da werden wir das, was wir jetzt heute mal erstmal ansatzweise praktiziert haben, noch viel mehr vertiefen. Sieben Tage voller Leute Liebe, darum wird es gehen in den Big Shift Love Experiment. Und du kannst dich unter BigShift.love, wenn du das eingibst, BigShift.love kannst du dich anmelden, es ist kostenlos für alles, es gibt dafür eine Audio-Meditation, die wir euch zur Verfügung stellen, es gibt sieben Tage lang einfache, konkrete Übungen, mit denen du etwas in deinem Leben, egal ob es jetzt Partnerschaft ist, Selbstliebe oder auch Beruf, anfangen kannst du zu transformieren, wir haben ein Forum dabei, wo wir uns gemeinsam austauschen, wir werden abends auch Sessions zusammen machen und einfach mal gemeinsam experimentieren und erfahren, wie das eigentlich ist, wenn man mal ganz bewusst in irgendetwas, was einen wirklich beschäftigt, mehr Liebe rein dringt. und dann